Ich habe mich sehr gefreut, weil drei bis vier Monate hatten wir uns ja im Digitalen getroffen, aber jetzt freue ich mich sehr hier zu sein. Wenn man die Gesichter sieht, alleine wie sie eben aus dem Bus ausgestiegen sind, das Strahlen und so geht es uns auch. Wir haben so lange auf diesen Termin hingefiebert und hingearbeitet und jetzt sind wir einfach nur glücklich. Wir freuen uns alle riesig, weil wir haben halt jetzt auch einfach drei Monate lang drauf gewartet. Also wir kennen die Kids seit März und haben auch das Gefühl, wir kennen uns schon richtig gut und sind jetzt alle quasi live und in Farbe. Das erste Mal sehen zu dürfen, ist einfach ein super überwältigendes Gefühl. Jetzt sind wir endlich hier auf dem Campus in Präsenz, nicht mehr nur digital und können ihnen jetzt quasi auch physisch die Gegebenheiten geben, um ihre Talente zu entdecken, auszuprobieren. Und vor allem hier auf dem Campus mit dieser inspirierenden Umgebung. Es macht einfach Spaß, hier zu sein und das wollen wir den Kindern weitergeben und dass sie vieles lernen. Ich freue mich besonders darauf, dass wir viele neue Sachen lernen und einfach mal hier alles kennenzulernen. Ich habe Lust, also hauptsächlich so einfach irgendwas zu unternehmen, weil ich habe sonst nicht so richtig viel Freizeit außer Fußballtraining. Ich freue mich auf Spaß, Spiele und das Essen, weil das war lecker. Wir wollen nochmal ganz stark den Fokus aufs Teambuilding legen. Also wir haben natürlich Teambuilding gemacht in der Online-Phase und es hat auch treu funktioniert. Wir haben ganz tolle Gruppen schon, aber wir wollen uns jetzt nochmal live kennenlernen. Sich nicht nur im digitalen Rahmen kennenlernen, sondern auch im Präsenzrahmen. Und natürlich, wir haben jetzt drei Stunden und vorher zwei Stunden. Wir werden viele Spiele spielen. Wir werden uns intensiv nochmal kennenlernen. Die Kids dürfen den Steckbrief ausfüllen, in dem es auch nochmal einfach darum geht, was wünsche ich mir von der Arena of Change, was sind meine Stärken und Schwächen? Also all diese Sachen, sich immer noch so ein bisschen mit sich selber auseinanderzusetzen und wirklich jetzt hier im Campus anzukommen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, hier Freundschaften zu schließen. Dass wir hier sehr viel Spaß haben, sehr viele schöne Sachen hier machen und alle zusammenarbeiten. Ich würde gerne neue Freunde kennenlernen und Fußball spielen. Das ist natürlich schon auch das Ziel, dass sie bei uns Lebenskompetenzen mitnehmen, Dinge lernen, die sie einfach wirklich ihr Leben lang begleiten, die sie vielleicht auch in die Gesellschaft reintragen. Inhaltlich möchten wir, dass sie ihre Stärken, ihre Interessen umsetzen. Wir möchten, dass sie das lernen, was sie interessiert und vertiefen können, ausprobieren können. Dass sie was mitnehmen, auch für ihr Leben. Also wir sagen immer, sie sind kleine Changemakerinnen. Wir geben ihnen ein paar Grundpfeiler vor, aber das meiste soll von den Kindern kommen. Unser Ziel ist es, dass die Kids hier rausgehen und strahlen und einen richtig, richtig tollen Tag hatten. Wuhu! Geschafft! Mich hat es heute sehr glücklich gemacht, dass ihr jetzt einfach sehen könnt, wie toll es hier ist und dass ihr alles mit Leben füllt. Happy New Year's Day!